Meine Familie und ich lieben es, gemeinsam im Freien zu essen und die Natur zu genießen. Deshalb machen wir oft Picknicks im Park oder an einem See in der Nähe. Wir packen eine Decke, Essen, Getränke und Spiele ein und suchen uns einen schönen Platz im Schatten, um uns niederzulassen, während des Picknicks spielen wir oft Ball oder Frisbee und genießen die frische Luft. Manchmal machen wir auch einen Spaziergang in der Umgebung oder fahren mit dem Fahrrad. Es ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen, sich zu entspannen und die Schönheit der Natur zu genießen. Ich mache Fitness, weil ich meinem Körper etwas Gutes tun möchte. Regelmäßiges Training hilft mir dabei, fit und gesund zu bleiben und mich sowohl körperlich als auch geistig zu stärken. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, beginne ich mit ein paar leichten Aufwärmübungen, um mich aufzuwärmen und meine Muskeln zu lockern. Ich gehe in die Sauna, um mich zu entspannen und den Stress des Tages abzubauen. Ich liebe das Gefühl von Wärme und Dampf auf meiner Haut, während ich mich in der Sauna entspanne. Ich atme tief ein und aus, spüre die Hitze, die durch meinen Körper fließt und lasse meine Gedanken los. Nach einer Weile stehe ich auf und gehe zum kalten Tauchbecken, um meinen Körper abzukühlen. Ich lasse mich gerne massieren, weil es mir hilft, Stress und Verspannungen abzubauen und mich zu entspannen. Eine Massage kann meine Muskeln lockern und die Durchblutung fördern, was sich positiv auf mein Wohlbefinden auswirkt. Ich finde es besonders angenehm, wenn der Masseur oder die Masseurin gezielt auf meine Bedürfnisse eingeht, meine Verspannungen aufspürt und löst. Ich mache gerne eine Fahrradtour mit meiner Familie, weil es eine tolle Möglichkeit ist, Zeit im Freien zu verbringen, gemeinsam aktiv zu sein und schöne Landschaften zu erkunden. Wir schnappen uns unsere Fahrräder, packen ein paar Snacks ein und machen uns auf den Weg. Es gibt etwas Besonderes daran, an der frischen Luft zu sein und das Summen der Natur zu hören, während wir durch Wälder, Felder und entlang von Flüssen fahren. Ich gehe gerne mit meiner Freundin an den Strand, weil es eine wundervolle Gelegenheit ist, gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen, uns zu entspannen und den Moment zu genießen. Wir packen unseren Strandkorb, Handtücher, Sonnencreme und ein paar Snacks ein und machen uns auf den Weg zum Strand. Wenn wir dort ankommen, genießen wir den Anblick des Meeres und die sanfte Brise, die uns entgegenkommt. Wir schlendern entlang des Strandes, liegen uns in die Sonne, schwimmen im Meer und unterhalten uns. Ich gehe gerne mit meiner Frau ins Kino, weil es eine tolle Möglichkeit ist, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam in eine andere Welt einzutauchen. Wir suchen uns einen Film aus, den wir beide gerne sehen möchten, kaufen Popcorn und machen es uns in unseren Sitzen gemütlich. Wenn der Film beginnt, lassen wir uns von der Handlung mitreißen und tauchen in die Welt der Charaktere ein. Wir lachen, weinen und fühlen uns mit den Figuren verbunden. Wir reiten gerne Pferde, weil es eine aufregende und wunderbare Erfahrung ist, in der Natur zu sein und eine Verbindung mit diesen schönen Tieren aufzubauen. Wir lieben das Gefühl der Freiheit, wenn wir auf den Rücken der Pferde steigen und durch Felder, Wälder und Hügel reiten. Wir spüren die Kraft und die Schönheit der Tiere und fühlen uns gleichzeitig entspannt und glücklich. Beim Reiten können wir den Alltag hinter uns lassen und den Moment genießen. Wir unterhalten uns, lachen und genießen die Landschaft, während wir uns im Rhythmus der Bewegungen der Pferde bewegen. Meine Freundin und ich gehen gerne in die Disco, weil wir uns auf der Tanzfläche richtig ausleben und eine gute Zeit haben können. Wir ziehen uns schick an, gehen aus und tanzen die Nacht durch. Wir hören unsere Lieblingsmusik und bewegen uns im Takt dazu. Es ist eine großartige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und unsere Sorgen und Probleme zu vergessen. Wir unterhalten uns und treffen neue Leute, während wir uns auf der Tanzfläche bewegen. Ich spiele jedes Wochenende Basketball, weil ich es liebe, in Bewegung zu sein und mich körperlich zu betätigen. Basketball ist ein schneller und anspruchsvoller Sport, der meine Reflexe, Koordination und Ausdauer fordert. Ich genieße es, auf dem Spielfeld zu stehen und mit meinen Teamkollegen zusammenzuarbeiten, um das Spiel zu gewinnen. Wir sind eine eingeschworene Gruppe und unterstützen uns gegenseitig, um unsere individuellen Fähigkeiten und Talente zu einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Nach einem Spiel fühle ich mich erfrischt und ausgepowert, aber auch glücklich und zufrieden. Meine Freunde und ich machen regelmäßig Ausflüge in die Berge, weil wir die Natur und die frische Luft lieben. Wir planen unsere Ausflüge sorgfältig und wählen immer eine Strecke, die unseren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Manchmal machen wir eine Wanderung auf einem anspruchsvollen Pfad und genießen die atemberaubende Aussicht auf die Berge und Täler. Andere Male nehmen wir unsere Fahrräder mit und radeln durch die malerischen Landschaften. Wir packen immer eine Mahlzeit ein und genießen sie auf einem Gipfel oder an einem Bach. Wir packen immer eine Mahlzeit ein und genießen sie auf dem Fähigkeiten und schießen sie auf einem Gipfel. Vielen Dank.